Farben lassen sich numerisch definieren oder auch experimentell. Sie können auf vorgefertigte Bibliotheken zurückgreifen oder die Hilfe von Online-Diensten in Anspruch nehmen, die in Photoshop definiert sind. Dieses Video führt Sie durch den Dschungel der Möglichkeiten. Um Farben in Photoshop zu definieren, gibt es verschiedene Wege, die ich in diesem Video gerne zeigen möchte. Das mächtigste Werkzeug ist dabei der Farbwähler, den Sie erreichen, indem Sie hier unten eine Werkzeugleiste auf eines der beiden Farbfelder klicken. Dann erscheint dieser Dialog, der auf den ersten Eindruck ein bisschen erschlagen mag, letztlich aber doch ganz angenehm zu handhaben ist. In diesem großen Farbfeld können Sie mit der Maus beliebig ziehen oder klicken, um gesättigte, ungesättigte, hellere oder auch dunklere Farben auszuwählen. Und über diesen Farbbalken hier rechts können Sie entweder ziehen oder auch klicken, um andere Farbtöne wie Violett, Blau, Grün und so weiter auszuwählen. Diese Art und Weise ist ja explorativ, wenn man noch nicht genau weiß, welche Farben man eigentlich möchte. Einfach mal ein bisschen herumprobieren, schauen, was gefällt denn, nach persönlichen Vorlieben vielleicht ein bisschen entscheiden und ist eine kreativere Variante heranzugehen. Oftmals ist es allerdings so, dass es schon bestimmte Farben gibt, sei es, weil eine Webseite schon besteht und überarbeitet werden soll oder ein Kunde, für den man arbeitet, hat bestimmte Hausfarben, die auf jeden Fall aufgegriffen werden müssen. Dann können diese Farben, die definiert wurden in der Vergangenheit, über diese Felder hier numerisch eingegeben werden. Dabei gibt es hier den Block mit RGB-Farben bzw. hier mit CMYK-Farben. Fürs Webdesign allerdings in der Regel interessanter dieser Block hier. Dabei reicht die Spanne von dem Wert 0 als niedrigster Wert, gleichbedeutend mit kein Licht bzw. schwarz, wenn 0 in allen drei Kanälen eingetragen wird, bis hin zu 255 als höchster Wert und entsprechend weiß in der Gesamtmischung der drei Kanäle. Zwischenwerte, wie zum Beispiel 200 oder 100 hier, ergeben entsprechende Mischfarben, wie hier so ein helles Orange-Braun. Ein weiteres sehr nützliches Feld beim Webdesignen ist dieses Eingabefeld für den sogenannten Hexadezimalwert, der am Anfang ein wenig kryptisch aussieht, aber auch halbwegs einfach zu begreifen ist. Dieser Wert teilt sich in drei Blöcke mit jeweils zwei Stellen, wobei die ersten beiden Stellen für den Rotwert stehen, die nächsten beiden Stellen für den Grünwert und die letzten beiden Stellen für den Blauwert. Die Werte können hierbei von 0 ausgehen, als niedrigsten Wert entsprechend für 0 in RGB, das heißt, das wäre schwarz, bis hin zum höchsten Wert, der Buchstabe F, der dem 255 in RGB entspricht. Dabei reicht die Skala von 0, 1, 2, 3 bis hoch zu 9 und danach geht es los mit dem Buchstaben A, B, C bis hin zum F eben als höchsten Wert. Dabei lassen sich diese Blöcke frei kombinieren. Zum Beispiel könnte ich sagen, ich habe jetzt hier für Rot den maximalen Auftrag von F, für das Grün ebenfalls und für das Blau allerdings gar nichts mit 0 und entsprechend hätte man das adäquat in RGB. Rot maximal 255, Grün ebenfalls maximal mit 255 und Blau mit 0. Das Anlegen von Farbe mit Photoshop wird wahrscheinlich in den seltenen Fällen direkt über dieses Feld funktionieren, sondern mehr über den Farbregler oder über die Eingabe von RGB-Werten. Allerdings ist dieses Feld sehr praktisch dafür, wenn es um die Umsetzung mit HTML bzw. CSS geht, da im Quellcode Farben auch mit diesen Hexadezimalwerten angegeben werden können und so leicht aus Photoshop hinaus kopiert mit Abfeld bzw. Steuerung C und im Editor eingefügt. Im Vergleich dazu müsste man bei RGB-Werten jedes einzelne Feld kopieren, was auf jeden Fall zeitaufwendiger ist, was durchaus eine Menge ausmacht. Wenn man sehr umfangreiche Seiten hat, viele Farben zu definieren hat, dann ist das auf diese Art und Weise eine sehr große Zeitersparnis. Hier oben gibt es noch Symbole, die ich kurz erläutern möchte und zwar ist es einmal dieses Ausrufezeichen, das besagt, dass die aktuell gewählte Farbe im CMYK-Farbraum nicht vorhanden ist. Das heißt, wenn man mit CMYK arbeitet, stehen weniger Farben zur Verfügung. Das liegt daran, dass gedruckte Farben insgesamt vom Mischverhalten her nicht so viel darstellen können wie mit Lichtfarben im RGB. Und um sicherzugehen, dass eine Farbe, die man gewählt hat, auch im Druck funktioniert, klickt man einfach auf dieses Aufrufezeichen und Photoshop springt automatisch an die nächste Farbe, an der ein Druck möglich wäre. Die CMYK-Farben sind natürlich beim Gestalten für das Web nicht ganz so wichtig. Allerdings kann man durchaus darauf Rücksicht nehmen, wenn man zum Beispiel eine Gestaltungsrichtlinie für verschiedene Produktionsmittel wie Visitenkarte, Webseite und so weiter entwirft und dabei eine möglichst große Konsistenz erreichen möchte. Als zweites Symbol gibt es noch diesen kleinen Würfel hier unten, der besagt, dass die Farbe nicht websicher ist. Das hängt direkt mit dieser Checkbox hier zusammen. Das mag sehr wichtig klingen, ist allerdings heutzutage alles andere als wichtig geworden. Und zwar, wenn ich hier einmal aktiviere, sieht man, dass die Farbfelder in größere Reste aufgeteilt werden. Und das liegt geschichtlich daran begründet, dass Monitore früher, vor vielen Jahren, noch nicht so viele Farben darstellen konnten. Dazu haben sich die Betriebssysteme, Windows bzw. macOS, noch systemeigene Farben herausgegriffen, die sie verwendet haben. Und letztlich gab es einen gemeinsamen Nenner von 216 Farben, die als sicher eingestuft wurden, dass sie auf jedem Monitor dargestellt werden. Heutzutage können Monitore allerdings problemlos so viele Farben darstellen, dass das Aktivieren dieser Checkbox im Grunde genommen unnötig geworden ist. Eine weitere Möglichkeit, Farben in Photoshop zu definieren, führt über die Farbepalette, die Sie über Fenster Farbe öffnen können. Hier besteht die Möglichkeit, Farben über diese Balken, diese Schieberegler zu definieren oder auch ähnlich dem Farbwähler Explorativ, indem Sie mit der Pipette, die automatisch erscheint, wenn Sie über diesen Farbalken gehen, eine Farbe wählen. Für diesen Zweck empfehle ich allerdings dann dennoch den Farbwähler, weil hier das Feld zum Ziehen für die Maus einfach größer ist und die Handhabung dadurch etwas leichter. Alternativ können auch hier numerische Werte eingegeben werden, um exakte Farben zu definieren. Über die Optionen in der Palette lassen sich zudem verschiedene Farbmodi einstellen, zum Beispiel der CMBK-Farbmodus oder auch der eben angesprochene Webfarbenregler im Hexadezimal-System. Eine dritte Möglichkeit, Farben in Photoshop zu definieren, führt über die Pipette, die sich in der Werkzeugleiste in der fünften Stelle befindet bzw. mit dem Tastaturkürzel I wie Ingrid aufrufen lässt. Das Prinzip der Pipette ist denkbar einfach. Ich zeige das mal an einem weiteren Beispiel, zwar in einem kleinen Navigationsbereich einer fiktiven Webseite. Und zwar kann ich mir hiermit einen beliebigen Ebeneninhalt ausmessen. Zum Beispiel wähle ich hier diese Stelle und bekomme dann genau den Blauton angezeigt, der sich unterhalb der Pipette befindet. Damit die Pipette richtig funktioniert, ist es fürs Webdesignen wichtig, dass der Aufnahmebereich hier auf genau einem Pixel steht. Alle anderen Angaben berechnen Mittelwerte aus dem angeklickten Pixel und denen, die sich drumherum befinden. Das ist wichtig, zum Beispiel bei der Retusche für Fotoarbeiten, um einen Mittelwert der Farben zu erwischen und somit ein homogeneres Bild zu erhalten. Beim Webdesign allerdings ist der eine Pixel sehr wichtig, um zu vermeiden, dass man anstatt genau dem Farbwert einen anderen Farbwert erhält, weil sich das wiederum bei der Umsetzung in HTML später böse auswirken kann, indem sichtbare Stufen zwischen zum Beispiel einer Grafik und dem per HTML-CSS definierten Farbwert ergibt. Unter Aufnehmen gibt es die Möglichkeit zwischen alle Ebenen und aktuelle Ebene. Aktuelle Ebene bedeutet, dass nur die Ebene, die gerade aktiv ist, als Referenz verwendet wird, um Farbe aufzunehmen. Ingegen alle Ebenen bedeutet, egal wo ich klicke, zum Beispiel hier würde ich auch ein Grau aufnehmen, obwohl diese Silhouette der Person gar nicht auf der aktuellen Ebene vorhanden ist. Als Gegenbeispiel gehe ich nochmal auf Aktuelle Ebene und klicke an diese Stelle, bekomme ich Blau, klicke ich an diese Stelle, erhalte ich kein Grau, weil hier keine Farbe vorhanden ist. Eine wichtige Fehlerquelle, die leider mit CS5 nicht mehr so leicht zu umgehen ist, wie es bei anderen älteren Versionen der Fall war, ist, wenn ich eine Einstellungsebene erstellt habe. Zum Beispiel setze ich mir hier eine Farbton-Einstellungsebene, durch die ich die Farbigkeit der Navigation hier ein wenig anpasse. Und ich möchte jetzt allerdings nicht die neue violette Farbe haben, sondern die Farbe, die ursprünglich darunter war. Wenn ich jetzt mit der Pipette klicke, bekomme ich diesen neuen Violettwert, egal ob ich aktuelle oder alle Ebenen verwende. Wenn ich unter diesen Umständen zum Beispiel hier bei der Navigation ein weiteres Element hinzufügen möchte, das in der gleichen Farbe vorliegt wie dieses Blau der ursprünglichen Navigation und wähle mit der Pipette jetzt die Farbe aus, bekomme diese Violett angezeigt und fülle jetzt zum Beispiel auf einer neuen Ebene einen kleinen Anhang hier mit genau dieser Farbe. Dann sieht das letztlich ganz anders aus, da diese Farbe zusätzlich noch von der Einstellungsebene beeinflusst wird und damit komplett von dem abweicht, was eigentlich benötigt wird. Aus diesem Grund wäre es in dem Fall nötig, erst die Einstellungsebene auszublenden, die Farbe aufzunehmen und dann mit dem Farbton zu füllen.